Ihr seid punktgleich mit dem Ersten. Geht ihr diese Saison auf Bayernjagd? Digga, bodellose Frage. Aber alles okay, wir gehen, wir jagen alle. Aber ich bin doch noch cool, oder? Dein Alter ist doch noch voll cool. Siehst du, cool sagt wirklich gar niemand mehr. Außer alten Leuten vielleicht. Wir sagen jetzt white. So wie sich die Nase richten lassen, ist voll white. Gelassen, selbstbewusst und ein Lächeln, das sagt, hallo Welt, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Sie haben alle Anlagen für einen guten Angestellten, Mr. Schwammkopf. Aber auf jeden guten Angestellten kommt einer, der nicht so gut ist. Sehen Sie sich genau die, ich wäre wirklich lieber gerade ganz woanders Plakette an. Hochauflösende Vergrößerungsgläser. Vielen Dank, mit diesen Gerätschaften werden wir zwei ganz bestimmt zum Meister spüren. Ihr beide? Niemals. Egal wie viel ihr von dem Kram am Start habt. Tja, und was tut man nun als Meister... ...die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren! Oh, und was jetzt? Ich nehme an, Sie wollen es mir zeigen. Oh, oh, Tutschick. Was ist das, ein Zaubertrick? Hat vielleicht noch einer Lust, durch den Reißverschluss der Versamnis zu treten. Hier ist er nicht. Hier konnte er auch nicht. Oh Mann, wenn er nun weg ist. Oh, armer, kopfloser Patrick. Hey, toll. Da ist er ja. Aber, äh, hat sich was geändert? Leider nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, dass wir nie wieder zusammen Spaß haben werden. Aber nun besprechen wir das Verhalten in einer Notsituation. Sie haben gerade die Europa League gewonnen. Was ist nun zu tun, Mr. Schwammkopf? Äh, 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 äh. Autsch. Pardon, sind Sie SpongeBob Schwammkopf? Wieso? Ja. Ja, der bin ich. Dann haben Sie gerade eine Million Dollar gewonnen. So, äh, ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, äh, ja, das Video hat, äh, euch gefallen und, ähm, ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn bis dahin, äh, ja, man weiß es mal.